Rolf Rüßmann war ein deutscher Fußballspieler und Manager. Karriere als Fußballer. Der kopfballstarke Vorstopper spielte von 1969 bis 1973 beim FC Schalke 04. Mit diesem Verein wurde er 1972 wie FB-Pokalsieger und Deutscher Vizemeister. 1972 stand er im vorläufigen Aufgebot der Nationalmannschaft. Gestrichen wurde er aus dem Kader, nachdem die Verwicklung der Schalker Spieler in den Bundesliga-Skandal ans Licht gekommen war. Eine internationale Karriere war damit vorerst unmöglich geworden. Rüßmann wurde rechtskräftig vom Landgericht Essen verurteilt, vom DFB ab März 1973 gesperrt und mit einer Geldstrafe belegt. Da ihm jedoch die Freigabe für ausländische Ligen erteilt wurde, wechselte er nach Belgien zum FC Brügge. Nach seiner Begnadigung im Januar 1974 kehrte er zum FC Schalke 04 zurück und wurde mit dem Verein 1977 noch einmal Vizemeister. Zum 1. Dezember 1980 wechselte er zu Borussia Dortmund und spielte dort bis 1985 in der Bundesliga. Mit 453 Spielen, in denen ihm 48 Tore gelangen, lag er vor der Saison 2015 16. auf Rang 24 der Liste der Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen. Für die deutsche Nationalmannschaft spielte er 1977 und 1978 in 20 Länderspielen und nahm an der WM 1978 in Argentinien teil. Karriere als Manager Am 25. Februar 1987 wurde Rüßmann Manager des FC Schalke 04 als Nachfolger von Rudi Assauer. Bereits am 10. August 1987 kündigte er jedoch nach einem Streit mit dem Präsidenten Günther Siebert. Am 1. April 1990 wurde er von Helmut Grashoff als Manager bei Borussia Mönchengladbach eingearbeitet. Ab dem 15. Januar 1991 war er bei diesem Verein Manager. Bereits 1992 wurde er aus diesem Amt entlassen, jedoch schon drei Monate später zurückgeholt. Bis 1998 arbeitete Rüßmann für Borussia Mönchengladbach. Am 1. Februar 2001 wurde er Manager des VfB Stuttgart. Am 19. Dezember 2002 übernahm der neue Trainer Felix Maggert jedoch auch diesen Posten. Rüßmann war in der Folge Mitarbeiter in den ehrenamtlichen Gremien für die Nachwuchsförderung des DFB. Rüßmann erlag am 2. Oktober 2009 einem Prostatakrebsleiden. Sein Grab ist auf dem evangelischen Altstadtfriedhof von Gelsenkirchen zu finden.